Hallo, willkommen zur fünften Woche des Kurses FIT für den Hochschulalltag. In dieser Woche geht es um Begriffe, die sich nicht direkt mit eurem Studium, sondern mit dem studentischen Leben befassen. Studenten müssen essen, sie müssen wohnen und sie müssen betreut werden. Dazu gibt es die Mensa, das Studentenwerk, Mentoren und als Besonderheit für ausländische Studierende die Tandems. Diese Begriffe und andere Fragen klären wir in dieser Woche. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!